Dieses Video ist einer Formel gewidmet, die auf einen ungarischen Mathematiker und Chemiker Karoli Jordan zurückgeht. Und zwar betrifft diese Formel die Verteilung einer Zählvariablen. Eine Zählvariable ist eine Zufallsvariable, die zählt, wie viele von n Ereignissen eintreten. Ich möchte die Formel als Satz formulieren, die Jordan-Formel. Die Voraussetzung ist die, wir haben Ereignisse a1, a2 usw. a n in einem Wahrscheinlichkeitsraum. Wir machen keinerlei Annahmen über die Ereignisse, wie zum Beispiel Unabhängigkeit oder ähnliches. Beliebige Ereignisse. Die Zufallsvariable x sei formal definiert als Summe j von 1 bis n der Indikatoren der einzelnen a j. Sie zählt also die Anzahl derjenigen Ereignisse, die eintreten. Der Indikator eines Ereignisses zur Erinnerung ist definiert als 1, wenn das Ereignis eintritt und ansonsten ist er gleich 0 gesetzt. Wir definieren noch s0 zu 1 und für jedes j von 1 bis n definieren wir eine Summe sj. sj ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Schnitte von irgendwelchen j der Ereignisse a1 bis an. Also formal die Summe. Man sieht, die Summe geht über jede j-Auswahl von Indizes i1 bis ij der Zahlen von 1 bis n. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit der Schnitte dieser ausgewählten Ereignisse betrachtet. Nun, die Formel besagt, es gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass genau k der Ereignisse eintreten, also dass x den Wert k annimmt, ist eine Summe. Hier läuft j von k bis n. Es ist eine alternierende Summe. Man sieht, wenn j gleich k ist, das ist der Anfang der Summation, steht hier minus 1 hoch 0, das ist 1. Es beginnt also mit einem positiven Term. Und dann j über k, ein Binomialkoeffizient, mal diese Summe sj. Und das gilt für jedes k von 0 bis n. Wir sehen also, dass die Verteilung dieser Zufallsvariablen x ganz konkret angegeben werden kann. Man muss nur die Summen der Wahrscheinlichkeiten wissen über Schnitte von irgendwelchen dieser Ereignisse. Die Formel ist sehr allgemein. Und ich werde diese Formel in einem weiteren Video anwenden auf verschiedene Beispiele. Ich möchte eine Folgerung ziehen. Und zwar, als Folgerung erhalten wir sehr schnell die Formel des Ein- und Ausschließens. Und es gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 der Ereignisse a1 bis an eintritt, ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich 1 ist. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir über die Regel von der komplementären Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und das ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert 0 annimmt. Denn es sind nur die Fälle x gleich 0 und x größer gleich 1 möglich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 0 ist, können wir direkt aus obiger Formel ablesen. Wir müssen nur k gleich 0 setzen. Das bedeutet, das ist gleich 1 minus. Und wenn wir k gleich 0 setzen, läuft die Summe über j von 0 bis n minus 1 hoch j. j über 0 ist 1. Also steht hier minus 1 hoch j mal sj. Sehen wir uns mal den ersten Summanden an für j gleich 0. Minus 1 hoch 0 ist 1. 1 und S0 hatten wir zu 1 definiert. Das bedeutet, der erste Summand dieser Summe, die subtrahiert wird, hebt sich gegen die 1 weg. Es bleibt also nur übrig, minus Summe j von 1 bis n minus 1 hoch j mal sj. Aber hier können wir das Minuszeichen vor der Summe wegbekommen, indem wir statt minus 1 hoch j minus 1 hoch j minus 1 schreiben. Das bedeutet, das ist nichts anderes als die Summe j von 1 bis n minus 1 hoch j minus 1 mal sj. Und das ist genau das Resultat der Formel des Ein- und Ausschließens. Nun zum Beweis der Jordan-Formel. Der Beweis ist im Prinzip sehr einfach. Er fordert aber ein wenig Abstraktion. Und wir werden noch einige Bezeichnungen einführen. Aber die Idee des Beweises möchte ich klar machen an einem Spezialfall. Was wird für den Beweis überhaupt benötigt? Es werden gewisse Regeln über den Umgang mit Indikatorfunktionen benötigt. Man benötigt, dass der Indikator der Vereinigung zweier disjunkter Ereignisse A und B und für so eine Vereinigung schreibe ich dann A plus B nichts anderes ist als Summe der Indikatorfunktionen der Ereignisse A und B. Des Weiteren wird benötigt, dass der Indikator des Schnittes zweier Ereignisse nichts anderes ist als das Produkt der Indikatorfunktionen der einzelnen Ereignisse. Und wir benötigen noch, dass der Indikator des komplementären Ereignisses zu einem Ereignis A 1 minus Indikator von A ist. Des Weiteren benötigen wir Regeln über den Erwartungswert, dass der Erwartungswert linear ist. Das bedeutet, der Erwartungswert einer Linearkombination A x plus B y zweier Zufallsvariablen x und y ganz allgemein mit reellen Konstanten A und B ist A mal Erwartungswert von x plus B mal Erwartungswert von y und wir benötigen noch, dass der Erwartungswert einer Indikatorfunktion eines Ereignisses A die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A ist. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Regeln über Indikatorfunktionen und auch hier die Linearität für mehr als zwei Summanden und mehr als zwei Ereignisse in gleicher Weise gelten. Also der Indikator einer Vereinigung von endlich vielen paarweise desjunkten Ereignissen ist die Summe der Indikatoren der einzelnen Ereignisse und der Indikator des Schnittes von endlich vielen Ereignissen ist das Produkt der einzelnen Indikatorfunktion. Die Grundidee am Beispiel n gleich 4 und k gleich 2 ist die folgende. Ich verwende noch eine Abkürzung, eine grundlegende. Ich schreibe den Schnitt zwei Ereignisse und auch endlich viele Ereignisse so, dass ich das Durchschnittszeichen weglasse. Ich schreibe also kurz AB für A geschnitten B. Was ist das Ereignis x gleich 2? Wir wollten ja k gleich 2 setzen. x gleich 2 heißt, genau 2 von 4 Ereignissen A1, A2, A3, A4 treten ein. Die Fälle, die sich hier ergeben und die schließen sich paarweise aus, sind die folgenden und ich habe das auch farblich gekennzeichnet. Es können A1 und A2 eintreten. Dann dürfen aber A3 und A4 nicht eintreten, denn es sollen ja genau 2 der 4 Ereignisse eintreten. Also hier steht A1 geschnitten A2, geschnitten A3 Komplement. A3 Komplement muss eintreten und A4 Komplement muss eintreten. Ein anderer Fall ist der, dass A1 und A3 eintreten, die beiden anderen Ereignisse nicht. Das bedeutet, wir haben hier mit dem Vereinigungszeichen, weil die Mengen paarweise disjunkt sind, A1 geschnitten A2 Komplement, geschnitten A3, geschnitten A4 Komplement. Und jetzt baut sich das systematisch auf. Beim nächsten Mal treten die Ereignisse A1 und A4 ein und die beiden anderen nicht. Jetzt treten A2 und A3 ein und die beiden anderen Ereignisse nicht. Jetzt treten A2 und A4 ein und die beiden anderen Ereignisse nicht. Was bedeutet das jetzt für die Indikatorfunktion des Ereignisses, dass x den Wert 2 annimmt? Jetzt kommen die Rechenregeln über Indikatorfunktionen. Wir haben hier die Vereinigung von 6 paarweise disjunkteten Ereignissen und der Indikator dieser Vereinigung ist Summe der einzelnen Indikatorvariable. Wir müssen also beginnen mit dem Indikator von A1 geschnitten A2, geschnitten A3 Komplement, geschnitten A4 Komplement. Nach der zweiten und der dritten Regel für Indikatorfunktionen ist das aber der Indikator von A1 mal der Indikator von A2 mal 1 minus Indikator von A3 mal 1 minus Indikator von A4. In gleicher Weise geht es weiter plus Indikator von A1 mal 1 minus Indikator von A2 mal Indikator A3 mal 1 minus Indikator von A4. Jetzt käme das nächste Ereignis, was hierzu wieder disjunkt ist zu diesen beiden und das führt auf diesen Term. Man sieht also immer die Ereignisse, die eintreten. Da stehen die beiden Indikatoren, also hier Indikator A1, Indikator A4 und bei den beiden anderen Ereignissen, die nicht eintreten, haben wir jeweils 1 minus den Indikator, also hier 1 minus Indikator A2 mal 1 minus Indikator A3. Entsprechend gibt es weitere Summanden wie diesen hier. Hier treten A2 und A3 ein und die beiden anderen Ereignisse nicht. Hier treten A2 und A4 ein und die beiden anderen Ereignisse nicht. Und hier zu guter Letzt A3 und A4 und die beiden anderen Ereignisse nicht. Wenn man sich das ansieht, muss man jetzt folgendes machen. Man muss diese Produkte, die auftreten, zum Beispiel vorne 1 minus Indikator A3 in Klammern mal 1 minus Indikator A4 ausmultiplizieren. Für dieses Produkt würde sich ergeben 1 mal 1 minus 1 mal Indikator A3 minus 1 mal Indikator A4 plus Indikator A3 mal Indikator A4. Wenn man das alles ausmultipliziert, ergibt sich folgendes. Insbesondere erkennt man, wenn man von jeder Klammer nur die 1 nimmt, dann hätte man ganz vorne Indikator A1 mal Indikator A2 mal 1. Und dann käme plus Indikator A1 mal Indikator A3 mal 1 und so weiter. Man erhält also ein Produkt von zwei Indikatoren, wo immer zwei Ereignisse beteiligt sind. Der Anfang ist also der, eine Summe. Über alle Auswahlen von zwei der vier Indizes, i kleiner j, i und j laufen von 1 bis 4, Indikator AI mal Indikator AJ und hierfür kann ich wieder schreiben Indikator AI geschnitten AJ. Wenn man jetzt gerechnet hat, ergibt sich mit dem Minuszeichen die Summe, jetzt wird über drei Indizes summiert, 1 kleiner gleich i, kleiner j, kleiner k, kleiner gleich 4 und hier ursprünglich ein Produkt von drei Indikatoren. Das ist aber der Indikator des Schnittes AI geschnitten AJ geschnitten AK zu guter Letzt plus, und zwar mit dem Faktor 6, Indikator A1 geschnitten A2 geschnitten A3 geschnitten A4. Und wenn man jetzt noch die Regel beherzigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses gleich dem Erwartungswert des Indikators dieses Ereignisses ist, dann folgt die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 2 ist. Das ist ja gerade der Erwartungswert des Indikators, dass x gleich 2 ist. Und jetzt sieht man, wir haben eine Summe, minus dreimal eine Summe, plus sechsmal ein Indikator. Summen können wir nach vorne ziehen, vor den Erwartungswert. Das ist also Summe über alle i und j, 1 kleiner gleich i, Strick kleiner j, kleiner gleich 4 und hier steht der Erwartungswert, Indikator AI geschnitten AJ. Das ist die Wahrscheinlichkeit von AI geschnitten AJ. Minus dreimal die gleiche Summe wie oben und der Erwartungswert des Indikators des Schnittes dieser drei Ereignisse AI, AJ, AK da ist die Wahrscheinlichkeit von AI geschnitten AJ geschnitten AK und am Ende plus sechsmal der Erwartungswert dieses Indikators des Schnittes der vier Ereignisse. Das ist die Wahrscheinlichkeit des Schnittes der vier Ereignisse. Wenn man sich das ansieht, dann steht vorne die Summe der Wahrscheinlichkeiten des Schnittes von je zwei dieser Ereignisse, das haben wir aber S2 genannt. Nun minus drei und die Summe, die jetzt kommt, ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Schnitte von drei der vier Ereignisse, das hatten wir S3 genannt. Am Ende steht plus sechs S4. Das wäre in diesem Spezialfall der Beweis der Jordan-Formel. Nun sehen wir uns den Beweis im allgemeinen Fall an. Hier empfiehlt es sich mit Groß N, nenne ich das mal, die Menge der Indizes von 1 bis N, die hier wichtig sind, abzukürzen und allgemein für eine Menge M folgende Bezeichnung einzuführen. Man sieht ein M in Mengenklammern, ein Index S dann. Das soll nichts anderes sein, als die Menge aller Teilmengen T dieser Menge M, die genau S-Elemente haben, also die Menge der S-Elementigen Teilmengen so einer Menge M. Man sollte sich an Folgendes erinnern. Diese Darstellung wird gezeigt in dem Video über Indikatorvariablen. Das Ereignis, das x den Wert k annimmt, ist das Ereignis, das genau k der Ereignisse a1 bis a n eintreten. Das bedeutet aber, es gibt genau eine Teilmenge T, eine k-elementige, der Menge Groß N und alle Ereignisse mit Indizes aus T treten ein und die anderen nicht. Das kann ich so beschreiben, es ist eine Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen, deshalb das Summenzeichen, vereinigt wird über alle k-elementigen Teilmengen der Menge der Indizes von 1 bis n und dann treten genau die Ereignisse aj mit j aus T ein und die anderen alle nicht. Das gilt für jedes k von 0 bis n. Diese Darstellung ist der Anfang des Beweises. Wir können jetzt sofort schließen, was ist der Indikator des Ereignisses x gleich k. Nun, hier steht eine Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen, also ist der Indikator nach Rechenregeln Summe über alle die k-elementigen Teilmengen t der Menge von 1 bis n und jetzt steht der Indikator dieses Schnittes oben. Aber Indikator eines Schnittes ist ein Produkt. Wir haben also ein Produkt der Indikatoren der Ereignisse aj, j aus T, mal Produkt der Indikatoren dieser Komplemente a, l Komplement, aber das ist 1 minus Indikator a, l und l durchläuft die komplementäre Menge, das heißt alle Indizes, die in n sind, aber nicht in t. Ich habe das erste Produkt blau eingefärbt, das hat einen Grund, das werden wir gleich sehen. Man sieht jetzt am Ende dieses Produkt 1 minus der Indikatoren. Das müssen wir uns genauer ansehen. Und wenn man hier das Ganze ausmultipliziert, wenn man aus jedem Produkt die 1 nimmt, erhält man auf jeden Fall eine 1. Wenn man bis auf einen Faktor nur 1 nimmt, dann erhält man immer mit dem Minuszeichen die Indikatoren dieser Menge. Wenn man aus dem Produkt bis auf zwei Faktoren immer die 1 nimmt, erhält man wieder mit dem Pluszeichen das Produkt von je 2 Indikatoren. Und so geht es weiter. Es entsteht eine alternierende Summe. Hier läuft ein R von 0 bis n minus k, dann minus 1 hoch R, das ist der alternierende Charakter. Und jetzt ist eine Summe da. Hier wird summiert über Teilmengen u, und zwar r-elementige Teilmengen, aus dieser Menge n vermindert um t, die auch ganz links steht, aus denen dieser Index l ist. Und dann steht hier nichts anderes als das Produkt der Indikatoren der Ereignisse a, j mit j aus u. Sehen wir uns die rechte Seite an. Was passiert für r gleich 0? Für r gleich 0 steht da minus 1 hoch 0, und das ist 1. Dann wird summiert über die nullelementigen Teilmengen der Menge n vermindert um t, aber da gibt es nur eine, das ist die leere Menge. Das Produkt j aus der leeren Menge von etwas wird zu 1 gesetzt, nach Definition. Es fängt wirklich mit der 1 an. Setzt man jetzt r gleich 1, kommt mit dem Minuszeichen vor, Summe, jetzt durchläuft u, die einelementigen Teilmengen dieser Menge n vermindert um t. Das heißt, hier werden wirklich die einzelnen Indikatorfunktionen abgezogen. Bei r gleich 2 haben wir wieder mit dem Pluszeichen eine Summe über die zwei elementigen Teilmengen u dieser Menge n vermindert um t. Das heißt, wir bilden immer das Produkt von zwei Indikatoren. Und so geht es weiter. Das ist genau dieses Klammerausrechnen, was ich eben angedeutet habe. Wir erhalten jetzt, dass der Indikator des Ereignisses x gleich k folgendes ist. Wenn wir die Darstellung oben ansehen, dann haben wir das letzte Produkt ausgerechnet und das haben wir hier geschrieben als eine alternierende Summe. Ich vertausche nur die Summanden. Es sind endliche Summen. Das kann ich machen. Ich beginne mal mit der Summe r von 0 bis n minus k. Dann steht hier minus 1 hoch r. Dann nehme ich diese Summe über alle t, über alle k-elementigen Teilmengen der Zahlen von 1 bis n. Und jetzt habe ich die Summe über u. Das heißt, u durchläuft jetzt r-elementige Teilmengen der Menge n vermindert um t. Man beachte, n vermindert um t ist disjunkt zu t. Was ich jetzt habe, sind diese beiden blau eingefärbten Produkte. Hier sehen wir, läuft das erste Produkt über die Indikatoren der aj mit j aus t und das andere über Indikatoren aj mit j aus u. Aber u und t sind disjunkt. Ich kann das so schreiben, es ist ein Produkt der Indikatoren der aj. Über die Vereinigungsmenge von t und u und wegen der Disjunktheit darf ich hier ein Plus schreiben. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Ich schreibe nochmal hin, was wir haben. Die erste Summe r von 0 bis n minus k. Ich lasse auch das minus 1 hoch r. Und ich kann natürlich jetzt folgendermaßen argumentieren. Die erste Summe läuft über ein t, eine Teilmenge t vom Umfang k der Zahlen von 1 bis n. Und dann wird eine zweite Menge gebildet, die nichts mit t zu tun hat, denn das u ist eine Teilmenge von n vermindert um t vom Umfang r. Aber das Produkt, was da hinten steht, da kommt es nur auf die Vereinigungsmenge an von t und u. Die kürze ich jetzt mal v ab. Ich könnte sagen, ich nehme mal eine Menge v vom Umfang k plus r als k plus r-elementige Teilmenge der Zahlen von 1 bis n und bilde mal dieses Produkt dieser Indikatoren, j aus v. Aber das Entscheidende ist, ich habe hier noch ein bisschen Kombinatorik zu beachten. Denn eine ganz bestimmte Menge v als Teilmenge vom Umfang k plus r der Zahlen von 1 bis n kommt hier mehrfach vor, nämlich so oft, wie ich aus diesem v eine Menge t bilden kann, eine Teilmenge vom Umfang k und den Rest nenne ich dann u. und Teilmenge vom Umfang k einer k plus r-elementigen Menge gibt es k plus r über k. Das heißt, ich habe diesen Faktor noch zu beachten und das ist das Ergebnis, was wir brauchen und jetzt sind wir im Wesentlichen fertig. Ich übernehme das als Memo auf die nächste Seite. Das heißt, wir haben diese Darstellung, der Indikator, das Ereignis ist x gleich k, ist diese Summe, r von 0 bis n minus k, minus 1 hoch r, k plus r über k und dann habe ich die Summe über alle k plus r-elementigen Teilmengen v der Menge der Zahlen von 1 bis n, Produktindikator aj, j aus v. Jetzt brauchen wir nur noch den Erwartungswert zu bilden. Folgendes Memo nochmal. SL ist definiert als Summe der Wahrscheinlichkeiten der Schnitte von l dieser n-Ereignisse. Diese Summe hat n über l Summanden. Und das ist nichts anderes, ich kann das jetzt kompakt schreiben, als Summe über alle l-elementigen Teilmengen der Zahlen von 1 bis n. Ich nenne die jetzt v, diese Teilmenge. Da steht die Wahrscheinlichkeit der aj mit j aus v. Jetzt kommt, was ich eben sagte, die Wahrscheinlichkeit von x gleich k ist Erwartungswert des Indikators, des Ereignisses x gleich k. Und wenn wir jetzt ins erste Memo sehen, der Erwartungswert ist additiv. Ich kann die Summe r von 0 bis n minus k nach vorne ziehen, ich kann auch minus 1 hoch r nach vorne ziehen, ich kann auch k plus r über k diesen Faktor nach vorne ziehen und ich habe hier auch eine Summe, die ich auch noch nach vorne ziehen kann. Und jetzt habe ich den Erwartungswert des Produktes der Indikatoren der Ereignisse aj, j aus v. Aber dieses Produkt ist Indikator des Schnittes der Ereignisse aj mit j aus v. Und der Erwartungswert des Indikators des Schnittes dieser Ereignisse ist die Wahrscheinlichkeit des Schnittes dieser Ereignisse. So sehen wir uns an, was hier rechts steht. Ich bilde die Wahrscheinlichkeiten des Schnittes von jeweils k plus r Ereignissen aus den Ereignissen a1 bis an. Das ist aber nach Definition die Summe s Index k plus r. Wenn wir jetzt noch Folgendes machen, wir kürzen k plus r ab mit j, wir machen also eine Indexverschiebung. Wenn r von 0 bis n minus k läuft, läuft das k plus r, das j, von k bis n. Und ich muss jetzt schreiben minus 1 hoch j minus k, denn das ist das r. k plus r ist j, steht hier j über k mal sj. Und das ist die Yonan-Formel. Das heißt, der Beweis ist hiermit beendet.